Denn wir haben es gerade gehört, der hat Kandas und er hat auch jeder Sachsefung gespielt. Und ich vermute mal, dass auch Josef Wiese und Alois Koffenrat im Laufe des Jahres wurde außerdem etwas größer das Unternehmen Lightwaysoft von Bill Gates und Paul Allen gespielt. Und irgendwie habe ich jetzt Hunger bekommen und ich denke, in all dem spielen wir weiterhin mit guter Musik aus den 60ern. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass es manchmal etwas schwerfiel, den Titel des nächsten Songs anzusagen, denn der heißt Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. Wurde dann ein bisschen einfacher gemacht, alle sagten nur noch jetzt von Lady Marmelade von...